In den nächsten Minuten möchten wir Ihnen einen Film empfehlen, der zum eigenwilligsten gehört, was je in der Gattung der Science-Fiction produziert worden ist. Bereiten Sie sich vor auf Phase 4. Sie schicken meine Botschaft zurück. Was soll das bedeuten? Das ist keine Botschaft. Wenn Sie intelligent sind, dann sollen Sie wissen, dass auch wir intelligent sind. Ich glaube, dass wir aus den Wüsten vorstoßen. Zuerst die Landgebiete erobern und dann Dörfer und Städte überlagern werden. Wir haben nur eine Chance. Wir haben nur eine Chance. Bitte, geh weg. Ich kann es einfach nicht glauben. Sie kennen unsere Pläne, unsere Stärken und unsere Schwächen. Warum töten Sie uns nicht? Was wollen Sie bloß? Zwei Wissenschaftler und ein junges Mädchen im Kampf gegen eine Macht, die ihre Pläne kennt, bevor sie noch erdacht werden. Oh! 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 Untertitelung des ZDF, 2020